Heute mit Pastor Joseph Prince. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, das der Herr seinen Jüngern im kleinen Kreis gesagt hat. In der Öffentlichkeit hat er eine Wahrheit gelehrt. Aber interessant ist, dass er diese Wahrheit zwar öffentlich gelehrt hat, doch diese Wahrheit ist so kostbar für ihn, dass er seinen Jüngern sagt, ich habe das den anderen nicht offen herausgesagt, sondern in Gleichnissen. Denn diese Wahrheit darüber, wie das Reich Gottes funktioniert, ist sehr kostbar. Ich möchte nicht, dass die Menschen sie empfangen, die sie gar nicht wertschätzen. Ich möchte Menschen, die nach mir hungern und deren Herzen auf mich ausgerichtet sind, um diese Wahrheit zu empfangen. Wir lesen es. Das Gleichnis aller Gleichnisse. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. Das ist das erste Mal, dass Jesus in seinem Dienst anfängt, in Gleichnissen zu reden. Im Matthäus-Evangelium sieht man, dass Jesus verständlich redet. Selbst in der Bergpredigt redet er sehr klar. Aber jetzt fängt er an, in Gleichnissen zu sprechen. Und er sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging so gleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Ja, sehen Sie, einiges fiel auf guten Boden und bringt eine Ernte. Sie misst bei einigen das Hundertfache. Wollen Sie das nicht auch? Wollen wir nicht alle das Hundertfache? Wir wollen nicht sechzigfach, oder? Wir wollen nicht dreißigfach. Aber ich glaube, dass das auch ein Bild für die Reihenfolge und die Auswirkungen ist, wenn man erlebt, dass das Wort Gottes auf guten Boden fällt. Zuerst erlebt man eine dreißigfache Ernte. Dann erlebt man die sechzigfache. Und dann die hundertfache. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist so wichtig, denn dieser Satz kommt in diesem Abschnitt mehr als einmal vor. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern, warum er zu der Öffentlichkeit in Gleichnissen redete. Im nächsten Vers heißt es, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ich werde gleich etwas dazu sagen, was es mit dem Satz auf sich hat, wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Der Sämann und der vierfache Acker sind im Grunde ein Bild für unser Herz. Er spricht über vier Arten des Herzens. Es gibt eine bestimmte Herzenshaltung, die tatsächlich reiche Ernte bekommt. Hundertfach, sechzigfach, dreißigfach. Zu diesem Herzen sage ich jetzt etwas. Schauen wir uns an, was Jesus zu seinen Jüngern über sein Gleichnis gesagt hat. Denn er sagte ihnen, dass es ihnen gegeben sei, zu verstehen. Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämen. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, da haben sie es. Sie hören es, aber sie verstehen es nicht. Dann kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Es gibt also Menschen, die Gottes Wort hören, aber kein verständiges Herz haben und Gott nicht einmal um Weisheit bitten, die Gott nicht suchen, damit ihnen das Wort offenbart wird. Gott sagt, dass das diejenigen sind, die vom Feind beraubt werden. Die Bibel sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das hat Jesus gesagt. Wenn der Dieb also zum Stehlen, Töten und Verderben kommt, beachten Sie die Reihenfolge. Zuerst stiehlt er. Was stiehlt er? Dann tötet er und dann zerstört er. Er stiehlt das Wort Gottes. Basierend auf dem Text stiehlt er das. Warum denken Sie, kommt der Dieb, um das Wort Gottes zu stehlen? Bei all den Dingen, die er stehlen könnte. Sie dachten vielleicht, er würde ihre Gesundheit stehlen oder die Beziehung zu ihrer Frau oder ihrem Ehemann oder ihren Kindern. Nein, nein, nein. Er weiß, dass er ihnen alle diese Dinge mitstiehlt, wenn er ihnen Gottes Wort wegnimmt. Denn diese Dinge sind eine Auswirkung, eine Ernte daraus, wenn man Gottes Wort im Leben aufnimmt. Er weiß also, dass sie nichts Fruchtbringendes in ihrem Leben haben, wenn er Gottes Wort aus ihrem Leben wegnimmt. Denn die Kraft liegt im Samen. Und hier in dem Gleichnis ist der Same das Wort Gottes. Der Teufel kommt also, um das Wort zu stehlen. Er hat große Angst, dass sie es aufnehmen. Davor hat er große Angst. Darum ist seine erste Priorität, das Wort Gottes aus ihrem Herzen zu stehlen. Aber Gott sei Dank, wir lesen in diesem Vers, dass der Teufel das nicht bei denen tun kann, die verstehen. Nur bei denen, die nicht verstehen, kommt der Böse und reißt das Wort aus dem Herzen. Strecken wir uns danach aus, Gottes Wort zu verstehen. Im nächsten Vers geht es so weiter. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Das sind Leute, die das Wort Gottes hören oder eine Predigt und sagen, wow, das ist eine gute Predigt, das gefällt mir. Die rufen Amen und solche Dinge. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis, das sind Probleme, oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Mit anderen Worten, der Teufel wird versuchen, das Wort Gottes aus ihrem Herzen zu reißen. Und wenn er es ihnen nicht stehlen kann, weil sie verständlich sind, dann wird er das Nächste versuchen. Er wird sein Bestes geben, dass Probleme oder Verfolgung entstehen, wegen des Wortes. Es heißt, wegen des Wortes. Er ist hinter dem Wort Gottes her. Er versucht, das Wort zu entfernen. Er versucht uns einzureden, das Wort ist eine Lüge. Du kannst dem Wort nicht glauben. Sieh dir doch deine Umstände an. Da sind Ärger und Verfolgung. Bleiben Sie standhaft. Amen. Die Bibel sagt, dass dieser Mensch das Wort Gottes mit Freude aufnimmt. Seine spontane Reaktion ist Freude, aber er hat keine Wurzeln darin. Also hält er eine Zeit lang durch. Aber wenn wegen Gottes Wort Probleme und Verfolgung kommen, dann lässt er es los. Er gibt auf, weil er keine Wurzeln hat. Und so bringt das Wort in seinem Leben keine Frucht mehr. Die dritte Kategorie ist, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Sehen Sie das? Das ist derjenige, bei dem die Samen auf guten Boden fallen, auf ein gutes Herz. Boden meint hier immer das Herz. Er nimmt es auf, er hört es und versteht es. Das ist derjenige, der Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Hier sehen wir, was einen Menschen dazu bringt, diese hundertfache Ernte in seinem Leben zu haben. Es ist dasselbe Wort Gottes, welches in diese vier Arten von Herz oder Boden ausgesät wird. Es ist derselbe Samen. Der Samen ist das Wort Gottes. Sie hörten das Wort Gottes. Es ist wie mit den Zuhörern zur Zeit Jesu. Sie waren dort. Sie hörten seine Predigt. Aber es gibt diese vier Arten von Herz. Es gibt die, bei deren Herz sind die Samen wie an den Weg gestreut. Wie an den Weg gestreut. Das meint Menschen, die am Rand stehen, die nicht im Zentrum sind. Mit anderen Worten, sie sind nicht richtig dabei. Sie hören zum Beispiel sonntags online Predigten. Das Evangelium wird sonntags gepredigt. Und diese Menschen schalten vielleicht dazu ein. Aber dann werden sie von anderen Dingen abgelenkt. Sie schauen vielleicht auf ihr Handy. Sie erwarten auch nur, dass die Samen an den Weg gestreut werden. Sie hören zwar, aber sie verstehen nicht. Männer, haben Sie diese Erfahrung schon einmal gemacht? Ihre Ehefrau spricht zu Ihnen und Sie hören die Worte, aber Ihre Gedanken sind ganz woanders. Sie denken vielleicht an Golfen. Dann sagt sie Ihnen, du hörst mir ja gar nicht zu. Und dann wiederholen Sie den letzten Satz, den sie gerade gesagt hat. Sie hören es zwar, aber Sie hören nicht zu. Darum sagt Gott, und er sagt es mehr als einmal in diesem Text, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das hat der Herr gesagt. Ihr Hören ist entscheidend. Sie müssen zuerst hören. Aber dann sollten Sie nicht am Rand stehen, sondern im Zentrum sein und Gottes Wort aufnehmen. Dann sagt Jesus noch etwas anderes in diesem Gleichnis. Schauen Sie, was er über die Art des Hörens sagt. Was man hört und wie man es hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da ist wieder die Betonung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er spricht zu Ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Das Thema. Wir alle wollen Gottes Wort hören, denn Gottes Wort ist ein unvergänglicher Samen. Gottes Wort erneuert uns. Gottes Wort hat Jesus von den Toten auferweckt. Wir säen nicht nur vergängliche Worte von Menschen. Worte von Menschen mögen Frucht bringen oder auch nicht. Aber das ist nicht die Art von Frucht, die Gottes Wort in ihrem Leben hervorbringt. Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Achten Sie darauf. Das hier ist übrigens der Bericht von Markus. Sie müssen wissen, dass das Gleichnis vom Sämann in den synoptischen Evangelien steht. Matthäus, Markus und Lukas. Nicht im Johannes-Evangelium, aber in den ersten drei. In allen dreien findet man unterschiedliche Details über den Sämann und den Samen. In einem, in dem von heute, heißt es zum Beispiel, achtet darauf, was ihr hört. Das steht in Markus. Aber Lukas schreibt etwas anderes. Jesus sagt zwei Dinge. Markus betont das erste, was man hört. Und schauen Sie, was Lukas betont. So habt nun acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Jetzt haben wir den Hinweis auf das gefunden, von dem wir gerade gesprochen haben. Worum geht es bei dem Haben? Denn wer hat, was hat er? Dem wird mehr gegeben. Jetzt sehen wir es. Es geht um den, der eine Haltung des Hörens hat. Ein hörendes Herz. Der die Offenbarung des Wortes Gottes hören will. Der das Wort verstehen will. Wer auch immer so ein Herz hat. Jesus hat nicht nur gesagt, achtet auf das, was ihr hört, auf den Gegenstand an sich, welcher das Wort Gottes ist, sondern auch darauf, wie ihr hört. Wie ihr das Wort hört. Demjenigen, der so ein hörendes Herz hat, diese Haltung des Hörens Gottes Wort gegenüber, dem wird laut Bibel mehr gegeben. Ich mag dieses Wort. Sagen Sie alle mehr. Ihnen wird mehr gegeben werden. Sagen Sie, mir wird mehr gegeben werden. Dann sagt Jesus, dass demjenigen, der dieses hörende Herz nicht hat, auch noch das, was er hat, genommen wird. Selbst das, was er hat. Und wir wissen, wer das wegnimmt. Es wird ihm genommen werden. Es ist so wichtig für uns, dass wir das verstehen. Denn beides ist wichtig, darauf zu achten, was man hört und wie man hört. Jesus hat diese beiden Dinge in einem Satz gesagt. Markus hat das erste aufgeschrieben und Lukas das zweite. Jesus sagt, achtet darauf, was ihr hört und wie ihr hört. Nochmal zurück zu Markus. Jesus sagt, achtet darauf, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst. Wenn man also ein dreißigfaches Maß anlegt, wenn man dreißigfache Aufmerksamkeit zeigt, einen dreißigfachen Fokus verwendet oder dreißigfache Hingabe investiert, dann wird was für einen selbst verwendet? Was denken Sie? Was wird verwendet? Dasselbe Maß. Dasselbe Maß, das man verwendet, wird einem selbst zugemessen. Bei dreißigfach bekommt man also was zurück? Dreißigfachen Nutzen. Dreißigfache Tugend. Dreißigfache Offenbarung. Dreißigfache Weisheit. Dreißigfache Ernte. Über welchen Vers Sie auch immer gerade nachdenken. Vielleicht ein Vers über Heilung. Sie werden dreißigfache Heilung bekommen. Das bedeutet nicht, dass das Gottes Wille ist. Es bedeutet, dass das an ihrer Haltung liegt. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst. Wenn Sie mit 100% hören, bekommen Sie auch 100% zugemessen. Ich lege das Maß von 100% Aufmerksamkeit gegenüber Gottes Wort an. Lassen Sie sich also nicht ablenken. Wenn Sie können, dann geben Sie dem Herrn jeden Sonntag diese Zeit. Ist es nicht erstaunlich, wie der Teufel immer wieder versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie noch etwas erledigen müssten? Sie haben das noch nicht erledigt. Und ganz plötzlich, während Sie Gottes Wort hören, sagt der Teufel zu Ihnen, weißt du was? Du hast dieses oder jenes Buch noch nicht gelesen. Du hast deinen Freund noch nicht gesprochen. Schau auf dein Handy, da ist eben gerade eine Nachricht gekommen. Manchmal ist richtig die Hölle los, wenn Sie dabei sind, Gottes Wort aufzunehmen. Der Kampf besteht eigentlich darin, Gottes Wort zu empfangen. Es gibt sehr viele Dinge, die Sie davon abhalten wollen, Gottes Wort zu hören. Denn der Teufel hat so eine Angst. Ja, er hat Angst, dass Sie Gottes Wort aufnehmen, weil er weiß, dass sein Einfluss und seine Macht dann in diesem Bereich in Ihrem Leben gebrochen werden. Warum? Weil das Wort Gottes größer ist als er. Achten Sie also darauf, was Sie hören und wie, auf Ihre Haltung. Welches Maß Sie geben. Geben Sie 100% Aufmerksamkeit oder 60-fache Aufmerksamkeit? Oder 30% Aufmerksamkeit? Mit demselben Maß wird Ihnen zugemessen. Mit anderen Worten, wenn Sie 100-fache Aufmerksamkeit geben, 100%, dann bekommen Sie 100-fache Ernte, eine volle Ernte, volle Resultate, einen vollständigen Ertrag. Ich will das. Und ich weiß, dass viele von Ihnen das auch wollen. Aber denken Sie daran, mit demselben Maß, das Sie anlegen, das hat etwas mit Ihrem Hören zu tun, wie Sie hören. Das meint Jesus damit, wenn er sagt, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Dann erzählt Jesus ein anderes Gleichnis. Hier kommt es. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Das gefällt mir, ohne dass er es weiß. Dieser Mensch streut die Samen auf den Boden und schläft nachts und morgens steht er auf. Anders gesagt, er lebt einfach sein normales Leben weiter. Und die Samen keimen und gehen auf, ohne dass er es weiß. Der Boden, den wir bereitet haben, das hat Jesus selbst so gesagt, ist unser Herz. Mit anderen Worten, wenn Sie auf Gottes Wort hören, und es gibt heute viele Wege, auf Gottes Wort zu hören. Wenn Sie Gottes Wort gründlich lesen, dann hören Sie eigentlich mit Ihrem inneren Ohr. Sie hören in der Tat zu. Und das kommt sogar beim Lesen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Das meint nicht nur das Äußere hören. Aber es gibt auch viele, die empfangen, indem sie buchstäblich etwas von außen hören. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, handelt von einem Menschen, der hört und tatsächlich das Wort Gottes ausspricht oder es liest. Er ist in Kontakt mit dem Wort Gottes, und das Wort fällt in sein Herz. Dieser Mensch sagt Gott, muss sich jetzt keine Sorgen darüber machen, wie der Same wächst. Er weiß nicht, wie das passiert. Alles, was er tun muss, ist, sicher gehen, dass er hört, dass er zuhört und eine gute Haltung zum Hören hat. Dass er hört, um aufzunehmen und um zu verstehen. Wenn er so ein Herz hat, dann, sagt die Bibel, kann er jeden Tag schlafen gehen und sein normales Leben führen. Und wissen Sie was? Die Ernte wird kommen. Der Same wird keimen und wachsen. Der Mensch selbst weiß nicht, wie. Mir gefällt das, denn oft sagen Menschen, man muss doch wissen, wie ein Prozess abläuft. Wir müssen intelligenter darüber werden. Wir müssen an Gottes Werk teilhaben. Und wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Mein Freund, unsere einzige Mitarbeit besteht darin, das Wort aufzunehmen. Das Wort selbst erledigt den Job. Als ich eine andere Bibelstelle las, fiel meine Bibel zufällig herunter und dabei wurde ein bestimmter Vers im dritten Buch Mose aufgeschlagen. Glauben Sie es oder nicht? Dort heißt es, auch wenn von solchem Aas auf irgendwelche Sämereien fällt, die man aussäen will, so bleiben sie rein. Das ist aus den Gesetzen, die man damals hatte. Es geht um Teile von Aas. Von diesem Aas liest man in den vorherigen Versen. Es geht da um Geckos, Eidechsen und verschiedene Arten von Reptilien. Es geht um die Leichen dieser Tiere. Wenn von solchem Aas auf irgendwelche Sämereien fällt, die man aussäen will, so bleiben diese Samen rein. Diese Art von Vers bringt mich wirklich in Fahrt. Ich habe ihn nicht verstanden, aber als ich darüber nachdachte, öffnete Gott meine Augen und ich fing an, hier etwas zu sehen. Gott sagt in diesem einen Vers, dass das Aas ein Bild für Verfall und Tod ist. Wenn es auf irgendeinen Samen fällt, den man aussäen will, dann bleibt der Samen rein. Das bedeutet, Tod und Verfall können das Auferstehungsleben nicht überwältigen, das in diesem Samen steckt. Dieses Leben ist größer als Tod und Verfall. Dieses Leben verschlingt den Tod. Wenn Sie Gottes Wort in Ihrem Leben haben, dann kann der Tod Sie nicht überwältigen. Der Verfall kann Sie nicht packen. Denn der Same von Gottes Wort in Ihnen ist größer. Preis den Herrn. Ich freue mich richtig. Ich weiß noch, wie Gott mir das deutlich gemacht hat. Sind Sie auch begeistert, wenn Sie Gottes Wort lesen und lesen Dinge so herunter und auf einmal sagt der Heilige Geist, Stopp! Lies das noch einmal. Gott öffnet dann Ihre Augen und Sie verstehen es. Sie verstehen es. Gott zeigt Ihnen, dass das Leben größer ist, viel größer. Es ist dem Tod überlegen. Der Tod kann es nicht aufhalten. Tod und Verfall können dieses Leben nicht daran hindern, sich fortzupflanzen. Die Saat, die ein Bild für das Wort Gottes ist. Wenn Sie also in irgendeiner Weise Schwierigkeiten haben, in welchem Bereich auch immer, vielleicht gibt es einen Mangel in Ihrem Leben. Sie müssen vielleicht eine Rechnung bezahlen, die schon lange fällig ist, aber Sie können das nicht. Das bedeutet, es gibt Mangel in einem Bereich, in welchem auch immer. Oder Sie kämpfen mit Symptomen in Ihrem Körper. Verbringen Sie Zeit im Wort Gottes und spüren Sie, wie das Wort diese Bereiche anspricht. Sättigen Sie sich mit dem Wort Gottes. Fangen Sie an, Predigten und Lehre zu hören, in denen das Wort Gottes weitergegeben und erläutert wird. Wo der Kern des Weizens aufgebrochen wird und man den inneren Keim entdecken kann. Wo die Offenbarung sich vor Ihnen entfaltet. Denn wenn das Wort Gottes in Ihr Herz fällt, dann werden Sie Ernte in Ihrem Leben sehen. Die Art und Weise, wie Sie hören, je mehr Sie hören und sich da hineingeben, im selben Maß werden Sie empfangen. Sind Sie begeistert, heute Gottes Wort zu empfangen? Preis den Herrn! Danke, Herr Jesus! Preis den Herrn! Falls Sie Jesus noch nie zu Ihrem Retter und Herrn gemacht haben, dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen beten. Beten Sie mit, wo auch immer Sie gerade sind. Sagen Sie, himmlischer Vater, ich danke dir, dass Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass du ihn vom Tod auferweckt hast, als ich durch ihn gerechtfertigt wurde. Ich danke dir, Vater, dass Jesus Christus mein Herr und Retter ist. Und ich danke dir, dass mein Leben von jetzt an ein Leben der Gunst und der Heiligkeit und der Gerechtigkeit in dir ist. Ich danke dir, Vater Gott, dass es ein Überwinderleben, ein siegreiches Leben ist, im Namen Jesu. Preis den Herrn! Ja, so geschieht es für Sie. So ist es gerade eben im Namen Jesu passiert. Ihr Leben ist jetzt anders. Das Wort Gottes ist hineingekommen, wie ich gerade gesagt habe. Sie sind von Neuem geboren. Von jetzt an leben Sie ein himmlisches Leben. Preis den Herrn Jesus! Halleluja!